Willkommen hier zu den Rangers gegen Lincoln City, ja was gibt es hier zu sagen? Wir spielen hier Zweiter gegen Sechster und ist mal ein sehr hohes Spiel, ja beide trennen ca. 6 Punkte, das heißt sie könnten auf drei Punkte reinkommen, Lincoln City und eben die Chance dann noch auf diesen Relegationsplatz auf jeden Fall wahrnehmen. Oh, wahrer Schuss, gute Schuss, gute Schuss, gute Schuss, gute Schuss herausgearbeitet. Ja, fünf Punkte Unterschied bis auf den Tabellenletzten, dieser Mann ist der gefährlichste der Zeit in der Liga, kann der als Topträger. Ja, Überraschung im ersten Ligaspiel für den Rangers hat es gegeben in England bei Lincoln City. Die haben da 3 zu 2 verloren, natürlich auch Lincoln City damit sehr überraschend. Gleich mit drei Punkte gestartet, jetzt wollen wir in dieser Rückrunde natürlich auch was gutes mitnehmen. Oh. Jetzt mal bei den Rangers jetzt sehr aufpassen, da sind die Konter, aber ich glaube das ist Lincoln City auch sehr konterstark, also der Treffen zwei Mannschaften aneinander, die dieselbe Stärke haben. Oh. Oder wo fügst du dazu? Jupp. Ja. Oh. Beide dürfen sich nicht hinten spielen, das ist einmal klar. Uh, da geht er nicht raus. Ah. Gut gemacht, Dobras. Ah ja, Dorrance. Dobras. Der war voll im Spiel. Ich glaube auch der Wechsel in der 2. Liga stehend, aber nicht so. Zum Buch. Ja Dorrance, Territatreffer mittlerweile schon kann, der ist Territatassist. Bei 11 Toren beteiligt schon gewesen. Also er wirklich ein Mann, da muss man aufpassen. Oh. Guter Pass, Havrecam. Havrecam? Havrecam. 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 Der bringt Wind in die Mannschaft. Havrecam. Havrecam. Ja, ein Flateuenzer Wind. Havrecam. Oh, da geht's noch auf. Oh, da geht's noch auf. Oh, so ist er einfach. Oh. Oh, ist ja noch gefühl. Das ist eine gute Antwort. Jupp! Wieher? Oh! 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 Ach, Mann, oh! Ja, Curiosi, das letzte Spiel auch bei den Wings ist so ein Spielerbuch gegen Lotto. Oh! Oh! Das ist ein sehr schnelles Spiel. Zwei starke Kontermannschaften. Gott, das schafft sich da auch in den Schuss. Oh! Kürzt du das aus? Nein! Oh! Oh, nicht liegen bleiben. Nein! Nein! Alter! 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 Nein! Hammer! Nein! Das war jetzt gut. Verteidigt. Sehr viel Pech jetzt für Akinde, über den wir noch geredet haben. Ja, schade für ihn, dass er nicht reingang ist. Viel Pech dabei jetzt. Dass sich der noch dazwischen wirft, der zweite. Ja, den Schuss hätte er machen müssen, den letzten. Nein! Da war es. Und drei Spiele vor ihm. Schau. Da. Das war ein grüner Schuss, Alter. Ich dachte, der ist garantiert gut. Ja. Uh! Wechsel! Na ja. Tschüss, Akinde, Alter. Du hattest deine Chance. Naja, aber ich finde nicht, dass er jetzt unbedingt was zu finden kann. Oh! Oh! Also, erster schneller, praktischer, schneller wechseln. Oh, schade. Ja, knapp 1 zu 0 Stand. Ja, für das, dass es hier so einen Stärkenunterschied gibt, eigentlich, haltet hier Lincoln City wieder mal sehr gut mit. Na, oder? Ich würde keine Wechsel geben. Oh, da hätten wir den Dumpfleck gesungen, aber das ist jetzt nicht. Oh, da kommt's durch. Das ist einfach ein schnelles Spiel, da braucht man immer schnelle Spiele, die schnell umschalten. Genau. Da braucht man frischen Wind. Oh mein Gott. Oh, schade, was da noch mal drin ist. Oh! Nein! Nein! Das kann man auch so spielen. Alter. Ja. Nicht gerade sehr sicher da hinten jetzt. Linken. Ja. Und da sitzt Kandeas aus. Ja, hat man selbst zu verantworten. Ja. Da ist neunter Treffer. Da keinem Mann. Körper für den Ball ins Tor. Das war jetzt noch ein Highlight. Ja, 3 zu 2. Erste Spieler. So, da geht noch was. Sicher bei Lincoln City. Alter. Ich habe ihn ja nicht einmal als Erster berührt, Alter. Ich habe ihn ja nicht gesehen. ah für uns warum das ist Oh, na, warum laufst du so rein? Ja, von mir aus aber nicht dort. Ja, eine Niederlage haben die Ranchers zu verzeichnen, das eben gegen Lincoln City. Ich glaube, Lincoln City hat ein Stimmeproblem. Ah, das war noch abgefest. Der war abgefest, ja. Noch reingekommen. Oh. Oh, oh. 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 Oh, wieder so wird zurück. Oh, wieder. Oh, das ist schon mal im Kopf voll Toilgewinnen. Oh, das ist schon mal im Kopf voll Toilgewinnen. Oh, da passt es schon. Ja, sie sind dran, aber es fehlt halt noch das Quäntchen Glück, sag ich mal. Alter, Alter, willst du ihn schön annehmen oder willst du ihn weiterspielen? Ja, schade. Alter, na, das war auch noch abseits. Scheiße. Ja, vom Spielstil her müssen sie sich nicht verstecken. Bestimmt. Hat halt nicht ganz so geklappt. Ich muss ja schauen, was das war dann. Das war das Einzige, was hier den Rangers den Sieg gebracht hat. Ja, es fehlt hier der Knipser, der Gold Gator. Ganz eindeutig. Na gut, vielsehende Wiederholung hoffentlich. Nein, sehen wir nicht. Bis dann, haut rein. Na gut. Ey, schon wie immer. Na dann, macht das gut. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.